Haltet euch immer an die Anweisungen unserer Mitarbeiter. Arme und Beine zur eigenen Sicherheit immer innerhalb der Gondel lassen. Und am Sicherheitskugel festhalten und gerade sitzen. Den Kopf an den Kopfschluss legen. Das sind immer die Infektions des Personals. Die Sicherheit. Gebt immer die Beine und die Jumpe in der Kabine. Ich weiß nicht, Mama. Das ist einfach. Masseine, die hat die Beine in die Hand, und die Läger sind. Ich hab' den Kopfschluss. 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 Die Führer, die hat auch so aus der Stelle. Ich hab' den Kopfschluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die werden nicht da. Die werden nicht da. Ja, die werden nicht da. Angenehm, oder? Also die eine Fahrt in den Aufwärtshelix, da gab es einen richtig fetten Schlag, aber sonst ging es. So schlimm wie ich dann sag, boah, also es hat geschlagen, aber es ging schon ein bisschen am Ende, ja. Also es ist halt natürlich so da vorne in die Küche reinhängst, aber trotzdem schwirrt man es. Nein. Ich fand die Fahrt echt gut, es war die letzte, die ich hier war, das war draußen, die erste Hälfte. Die erste Hälfte auf jeden Fall. Ich habe eine nette Bahn auf jeden Fall, fürs Alter vor allem. Ach, mir fällt noch weiter. Nein. Ich hab da auch keinen Ball.